Es ist irrsinnig beeindruckend, eine Dynamik, die hier sich abspielt am Markt. Man kann einfach sehen, dass hier ein Wachstumsmarkt ist, der auch für den Tourismus für Österreich natürlich hochrelevant ist. Man sieht ja ganz klar auch den Trend in Richtung Individualreisen kommen. Das ist zwar jetzt noch im Inlandsmarkt sehr stark, aber auch in den ersten Märkten da. Das ist ein absolut interessanter Markt auch für Österreich, für die österreichische Hotellerie, um hier fokussiert mit Produkten, mit konkreten Angeboten in Zukunft auch präsenter zu sein. Ich glaube, hier muss man sich auch sehr stark beschäftigen mit den Ecosystemen, über die chinesische Gäste buchen, kommunizieren, dann auch erwarten in Österreich letztendlich bezahlen zu können. Das sind schon einige sehr wichtige, tolle Learnings und vor allem die Dynamik ist irrsinnig beeindruckend, mit welcher Geschwindigkeit, mit welcher Konsequenz hier sozusagen auch Tourismus betrieben wird. Für Hotels ist es meiner Sicht wichtig, sich sehr aktiv einmal mit dem Thema beschäftigen zu beginnen. Ich glaube, dass man mit zwei Stufen beginnen sollte oder kann. Zum einen natürlich über die Österreich Werbung sich einmal mit dem Markt zu beschäftigen, zu verstehen, wie funktioniert der Markt, welche Systeme wie Widget oder andere Plattformen sind hier auf dem Markt aktiv, weil mit Facebook und anderen Plattformen ist man hier verloren. Und auf der anderen Seite durchaus Selbstinitiative zu zeigen und auch auf zum Beispiel der größten Plattform, die wir uns näher angeschaut haben, Ctrip, sich genau anzuschauen, ist das für mich interessant, kann ich mit meinen Angeboten, mit meinen Content, mit meinen Inhalten dort buchbar sein und letztendlich dort auch Kampagnen für mein Hotel, für mein Haus hier auch fahren.